recht herzlich willkommen zur 98 folge von avorion ja wir haben ja jetzt was abzubauen das hatten wir ja letztes mal schon angesprochen machen wir das mal schnell ich weiß gar nicht welche möglichkeiten wir gerade haben für sag schon abwracken unseres zweiten schiffes eigentlich müssen wir das mal gerade gleich gucken wie das immer so ist man ist dann dabei und dann ich komme da was gutes raus dass der gedanke und wenn man hier so schön dabei ist dann kann man gar nicht aufhören aus dem teil kommt es raus nein doch nicht da ist noch eins ja das ist hier unser schickes schiff was das ging ja nicht mit dem bauen oder obwohl wir reparieren ging nicht das oder obwohl jetzt wird es vielleicht so gegangen sein weiß ich nicht aber wir wollen mal gerade schauen ob wir hier ein abwracker bei haben kaputtur schützen tessler schützt um wollte schützt um doppelt es natürlich nicht na ist klar dann können wir da auch nichts bauen naja dann lassen wir das müssen wir hier alleine fertig abbauen obwohl es ja mühselig ist das ist jetzt hier bestimmt das teil was wir haben wollten gar nicht so wie weit ist die reichweite ok geht doch doch die reichweite wäre gar nicht so groß hier noch ein paar bonus credits einsammeln haben wir das erste schiff schon abgebaut aber es waren mehrere oder schon da sind sie ist das näher oder ist das näher das ist näher ist das ja da haben die dann keine guten karten gehabt haben wir kaputt gemacht obwohl wir ein bisschen schwierigkeiten hatten aber wir haben es geschafft ist noch mehr jetzt ist weg so jetzt brauchen wir das mal schnell ab hier kann sein dass der abbau ein bisschen revolutioniert worden ist früher war es wirklich so dass da jede kleine antenne abbauen konnte ist da ob das ist nicht mehr so na komm schon ja hier ist nichts drunter kein teil kein bauteil keine kanone nix naja alles weg ein paar credits hier noch aufsammeln das sind die zolltander ne kaufleute sind das so das nächste schiff dran das gleiche bauort wie gerade glaube also wir sind zu weit weg da ist das erste bauteil was haben wir da das ist ein modul gewesen was ist das für eins ein radarabred ok ok so mal von der anderen seite sonst zu berichten sind zwei teile das wäre auch doof obwohl wir das eben die auch hatten und kein problem beim abbauen ist ne so das nächste schiff abgebaut das war jetzt auch nicht so prickel ne so das nächste schiff abgebaut da oben war noch schrott schon mehr teile ich hier oder was knallen tut es gut aber rauskommen tut nichts ist echt ärgerlich da kommt ein teil raus das war eine waffe doppel kultskanonengeschützturm ok kommen dann erst hier ja weg ist es na ich drifte mal gleichzeitig rechts rüber um das da hinzusammeln titan oder was es auch immer sein mag ne einer ist noch und der ist jetzt weiter weg das heißt kurz einmal da hin ne das war was anderes ja der notruf der ist schön und gut aber den kann ich nicht hier irgendwie abbauen einfach aus dem grunde dass ich jetzt nicht unbedingt die stärke dafür habe ja das ist jetzt die frage ne ob man so ein abwracker auch mal in der bewegung hat eine bessere qualität bräuchte damit das hier mal schneller geht ne und ob es dann schneller geht ist die nächste frage ne aber ich denke schon oder da ist jetzt ein teil so weg geräumt ne da da ne da ist nichts mehr da ist noch was ist auch weg sehr schöne explosion war das da ist unser schiff ist die frage ob es hier noch irgendwo schrott gibt glaube nicht gucken wir mal in die strategie karte ob man da sowas erkennen kann kann man aber nicht irgendwie sehen da ist noch eins dann mal dahin dann bauen wir das auch noch schnell ab ja das hat gut geklappt einmal schön dran vorbei ne dann bringen wir das da auch noch weg Reichweite ist weg kann man auch nicht na aber noch so jetzt haben wir es erfischt auch guck mal da ist ein Bauteil so ich glaube das war gerade dahinter ne kann das sein jetzt driftet da wieder ein Teil weg ne schöne explosion ja aber effektiv nichts rausgekommen ne hier habe ich jetzt noch ein teil und das ist auch weg so jetzt gucken wir mal den an sieht an der kanone aus und zwar ist das eine dreifahrmaschinen geschützt super okay gucken wir hier nochmal rum wir wollen wir wollen noch was sehen aber ich glaube jetzt ist der schrott weg oder hier ist auch so ein dichter nebel naja da sind die ja glücklich und zufrieden gewesen ne die Piraten ich glaube ich habe alle ab jetzt die acht richtungen durchsucht ne also ich glaube ich finde hier nichts mehr aber wahrscheinlich ist es auch weg gut dann müssen wir hier mal gerade interagieren Befehl setzen mich eskortieren das haben wir schon geschafft dann dann sollten wir jetzt überlegen wir waren ja auf dem Weg irgendwo hin ich glaube hier hin wollten wir das wäre jetzt das war Nordwest und das ist Nord-Nordwest glaube ne Nord-Nordwest Nordwest ne Nord-Nordwest müssen wir hin da wollten wir hin glaube ich dann machen wir das mal gerade ich hoffe dieses Schiff schafft es dann auch durch das Tor hinterher weil das war beim letzten Mal schon die Schwierigkeit dass es das nicht hingekriegt hat und dann gucken wir erstmal weiter was hier im nächsten Sektor ist ne ich wollte gerade sagen hier sieht so zerdeppert aus aber ist nicht zerdeppert Teleporter Fabrik was gibt es denn im Teleporter zu kaufen erstmal schwarzes Brett gucken Plasmazellen wollen die haben Güte handeln Teleporter und Altmetall 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 ja ich hatte mir das mal auf dem Wiki angeguckt und das mit dem Altmetall das ist so eine Geschichte da gab es einen Weg zwischen der Stahlfabrik und ich weiß nicht wem und da konnte man das auf der einen Fahrt konntest du halt Altmetall mitnehmen und auf der anderen Fahrt dann Stahl weil die Stahlfabrik die braucht definitiv Altmetall das müsste man sich nochmal angucken ne Antigraf Einheiten wollen die hier kaufen für 24 tut das aber ein schlechter Preis in dem Sinne dann lassen wir das erstmal ne jetzt haben wir hier eine Schafs-Wrench Plastikkästelle da wir bestimmt Öl haben haben wir eigentlich was mitgenommen jetzt in der Hinsicht weiß ich gar nicht was wir an Ladung dabei haben Öl ok dann können wir das da abliefern da wollten wir wohl hin gut aber ich denke mal wir warten erstmal hier ab bis das Schiff durch ist weil ja nicht dass es gleich wieder Schwierigkeiten hat hinterher zu kommen ach guck da ist es ja gut aber die Öl-Tauschgeschichte die machen wir dann in der nächsten Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.